Spannend Video Ey, Wind, Lenn Keine Musik Wenn du möchtest du einfach gar nicht hören Schöne Rückwand Ja, Holland Da muss ich Herrn Bob Marley mal zeigen Ich kenne Franziska aus Holland BTS Haha Oder die wollen sich einfach noch Holländisch geben Ich fand den Säckern da oben Du willst jetzt auf den Kühlcontainer gucken Ob der deutsche Kennzeichen hat Oder Holländisch das Ich hab den Säckern auf den Kühlschrank Ich hab den Säckern auf den Kühlschrank Und ich hab den Säckern auf die Puckern Das hat der Herr Feuer angemacht Alles klar, dann wollen wir euch nach oben bringen Los gehts Ich hab Kamon das noch vielleicht noch nicht Alles wackelt und hat Luft, ne? Legen, los da! Vielleicht wird der die Turbine verkaufen, der kauft sich in den Tisch. Da steht da nicht Greats, da steht da los da. Oh, der macht erst was. Sieht noch keiner an. Jetzt werden die Fahrschiffsrösen dabei sein. Los Leute, anschließen! Kann man hier auch für Münster schon mal Tickets kaufen? Was kommen die Tickets? Nein! Was soll das? Hey Leute, das macht Laune, das Karussell. Los, die Fahrschiffslösen dabei sein, bitte! Los da! Das ist so Regenrad da, ich guck so in der Schweiz. Ja, da können die Wänden sind in der Schweiz wohl nicht drauf. Ja, auch die Jim Wien Sachen da sehr gut, ne? Und den von Schake wohl. Ja, ich guck ihn so aus. Oh, da kommt nirgends. Ja, bald so schön, jetzt gehen wir noch ne Runde, los! Ja, ich guck ihn in Monroe vom Movie Park auch heute hier. Bah! Ja! Ey, du hast den in Monroe Park gar nicht, oder? Ja, ja. Jetzt! Von 1991 neu, kann das sein? Ja! 1991 Baujahr, kommt man noch neu? Ich weiß. Alles klar, letzte Runde los, die letzte Runde ja! So, Melvin, ich brauch noch Akku für Robotics. Akku? Ich hab hier 40%, dann hat die 51%. Ich glaub 3, aber hier, ich hab hierfür kein Aufladekabel, weil ich auch so voraus denke. Warum muss ich nicht dauern, die Videos lange? Abends. Laber, 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 dann geht die Fahrer los, laber. Ich kann hier ein T-Video machen. Wir landen, vorsieht an der Fahrbahn, es geht abwärts. Ah! Wer lustig? Ein anderer macht in unserem Land, um zu machen. Ja! Wäre lustig, wenn X-Factor jetzt in Münster gestanden hätte, das hier. Und Xtreme dann einfach auf jeden Platz, weil... Der wärmlich gewesen. Münster hat da wichst mit dir zu tun. Der stand ja auf den Reiner, aber ich glaub ich nicht.